Let's go! Moin Leute, herzlich willkommen zur ersten AKF 2023. Das ist doch komisch auszusprechen, geht euch das auch immer so, neues Jahr, neues Glück. Geht wieder los, wir haben heute den 27. Januar, damit ihr ungefähr so ein bisschen wisst, viele haben sich eine Winter-AKF gewünscht, tatsächlich kann man auch viel sehen, weil so richtig Winter hatten wir nicht. Aber bevor wir anfangen noch ein kleiner Hinweis, ihr könnt euch diesen netten Hoodie jetzt sichern und bekommt noch 20% auf jedes weitere T-Shirt und jeden weiteren Pullover bei uns im Shop. Zusätzlich haben wir wieder Magnetboxen und alle Öle wieder im Shop. Das ist nur noch ein kleiner Hinweis. Jetzt kommen wir aber zum Acker. Wir haben hier Weizen, also wir beschäftigen uns diese Folge nur mit Getreide. Wir gucken uns einmal den Weizen hier in der Direktsaat an. Hier drüben haben wir einen Direktsaat nach Hanf, hier neben wird ein Rinderstall gebaut. Gerste gucken wir uns an in normaler Grubbersaat. Ich weiß nicht, ob wir noch Grubbersaat Weizen angucken, aber die Bestände sehen alles in allen mega krass gut aus, weil wir haben nicht wirklich einen Winter gehabt, muss man sagen. Wir hatten einmal minus 17 Grad, aber Schnee bedeckt, das heißt der Frost ging nicht wirklich tief rein. Wir hatten mal ein bisschen Frost, habt ihr selber gesehen, da haben wir dann auch Sonnenblumen gedroschen. Jetzt gucken wir hier so ein bisschen durch und was uns auffällt, wir haben hier ein paar Gräser drin, hier zum Beispiel. Wir hatten ja hier unter anderem Ackergras und das sieht man natürlich. Hier ist nicht nur Weizen, wir haben hier ein bisschen Vogelmiere, die hier durchkommt. Wir haben hier ein wenig Stiefmütterchen, hier vorne ist ein wenig Stiefmütterchen. Wir haben hier außer der Vorauflaufmaßnahme mit einem Totalherbizid, 0,8 Liter, gar nichts gemacht. Ich wollte das einfach abwarten, was hier kommt und werde im Frühjahr eine ganz normale Standardbehandlung fahren, wie ich die überall in der normalen Grubbersaat auch mache. Gucken wir uns mal den Boden an, der ist natürlich mega krümelig hier. Das ist ja der Bestand hier, wo auch drei Jahre Ackergras, dann haben wir Raps in Striptill gehabt und dann haben wir direkt hier den Weizen reingedrillt und der sieht schon mega gut aus. Die Sorte ist hier LG Atelier und wenn wir uns das hier angucken, der ist auch schon reichlich bestockt. Was heißt im Prinzip bestockt? Das heißt, aus einem Getreidekorn können ja mehrere Triebe entstehen und mehrere Ähren. Wenn wir jetzt hier sehen, wir haben hier ein Korn, wir sehen hier aber schon ein, zwei, drei starke Nebentriebe und zwei kleine. Das heißt, wir haben hier fünf Triebe und wir haben hier 230 Körner auf dem Quadratmeter gedrillt. Hier in dem haben wir vier, das heißt, wir haben hier schon 800 bis 1000 Triebe auf dem Quadratmeter. Ziel ist irgendwo bei uns in der Region 500, die wir dann haben wollen, Ehrentragende. Da müssen wir ein bisschen gucken. Jetzt kann man im Prinzip schon ein bisschen die Strategie fürs Frühjahr festlegen. Man kann natürlich dann sagen, wir düngen nicht so heftig an. Gerade zum Start düngen wir nicht so heftig, damit sich diese Nebentriebe nicht allzu stark entwickeln und dass wenn die Reduktionen im BBCH Stadium 30 kommen, dass die dann auch weiter runter reduziert werden. Hier sehen wir so ein bisschen eine Feldmaus. Ab und zu sieht man dann doch mal hier so ein Nest. Was kann man dagegen machen? Zum einen kann man da Pfähle aufstellen, so eine T-Pfähle, wo sich die Greifvögel drauf aufhalten. Und zum anderen kann man natürlich auch, ich sag mal, gegen Mäusekorn oder ähnliches hier rüberlaufen und die so ein bisschen verteilen. Muss mal gucken, sind ein bisschen wenig Nester. Ich habe hier eins gesehen und da vorne eins gesehen. Ansonsten, wenn man so mal rüber guckt, habe ich bis jetzt noch nicht weiter gesehen. Muss man im Auge behalten, kann natürlich eine Problematik werden und kann natürlich eine Problematik sein. Und gerade in Direktsaat auf jeden Fall beobachten. Moment, jetzt ruft jemand an, den ich nicht kenne. So, jetzt bin ich wieder da. Also, alles in allem steht da natürlich mega gut. Reihenabstand sind hier 25 cm. Muss man natürlich gucken. Zum einen sagt man, dadurch, dass die so ein bisschen weiter auseinander stehen, die Pflanzen, ist der Pilzdruck nicht so hoch, weil die Bestände eher am Tag immer wieder durchtrocknen. Das ist auch das zum Beispiel, was man im Biolandbau macht. Ja, hat ein Für und Wider. Dadurch haben wir aber ein bisschen weniger Beschattung. Kann natürlich dadurch sein, dass einem das ein bisschen mehr rausdunstet, also das Wasser ein bisschen mehr ausdunstet. Die 12,5, 14,5 ist ja so ziemlich der Standard im Reihenabstand. Der Weltrekord wurde bei 22 cm aufgestellt im Weizenanbau. Ja, so recht weiß man es auch nicht. Also es gibt schon ein paar Untersuchungen und die sagen eigentlich, so richtig ertragliche Unterschiede gibt es nicht. Also in Hochertragszonen kommen wohl ein, zwei Prozent zustande, aber in meinen Regionen wohl eher weniger. Gucken wir uns einfach mal an. Ja, das ist erstmal hier meine Strategie. Also ich würde hier ein ganz normales Herbizidmaßnahme fahren, Bodenherbizid. Auf jeden Fall auch mit einer guten Gräserwirkung, weil die haben wir hier drinnen. Ein paar Steine müssen wir hier doch noch sammeln, obwohl wir hier Direktsaat hatten. Seht ihr hier ein bisschen, ein paar Kollegen sind doch immer noch da. Und dann würde ich hier, klar fahren wir natürlich Gärreste, aber auch erstmal ein bisschen verhaltener andüngen, weil ich dieses Jahr diese üppigen Bestände nicht so fett haben will. Und dass da wieder am Ende Rollrasen steht und dann kommt die Trockenheit und dann wird wieder so stark reduziert. So wie wir es zum Beispiel 2021 hatten. Wir hatten sehr, sehr fette Bestände im Frühjahr gehabt. Ultra üppig und dicht und die sind dann nachher, ja man muss sagen, richtig abgekackt in der Trockenheit. Und je mehr Halme wir natürlich pro Quadratmeter versorgen müssen, je mehr Wasser brauchen wir dann auch. Und dann brauchen wir auch wirklich viel Wasser, damit das klappt. Nichtsdestotrotz, auch wenige Halme, hat man ja letztes Jahr zum Beispiel gesehen, können ja natürlich einen guten Ertrag sorgen. Gerade für Ehrenbetonte oder beziehungsweise Einzel-Ehrentypen betonte Sorten. Das heißt, diese Sorten kommen hauptsächlich über die Ehre, über große Körner, über schwere Körner und über viele Körner in eine Ehre. Also es gibt Masse-Typen, die wollen viele Halme und haben ein bisschen kleinere Körner, ein bisschen weniger Körner pro Ehre. Und dann gibt es halt die Einzel-Ehrentypen, wobei ich glaube, die Einzel-Ehrentypen auf meinem Standort sich noch ein bisschen eher durchsetzen. Also das ist meine Erfahrung, die performen eigentlich immer ganz gut. Die Masse-Typen brauchen auch wirklich ein bisschen Wasser. Ja, aber ansonsten, ihr seht selber beim Rübergehen, das sieht wirklich gut aus. Auch die Ablagegenauigkeit der Nowak, wir haben wirklich hier auf jedem Quadratmeter die Saat. Also gerade wenn wir mal rüber gucken, hier war zum Beispiel eine Fahrgasse, eine alte. Also hier, das sehe ich noch, hier wenn man so hoch guckt, ist nahezu nicht mehr zu sehen. Ist nahezu nicht mehr zu sehen und auch selbst da am harten Boden in der Fahrgasse sieht die Ablagegenauigkeit halt gut aus. So, hier haben wir Weizen, Sorte, LG Charakter, auch in Direktsaat. Wir haben hier Silo gebaut, deswegen war der hier vorne nicht mehr so richtig. Nicht, dass ihr denkt, da war ein schlechter Feldaufgang. Das ist die Übermenge vom Gras, was ich demnächst noch verkaufen muss und will. Das ist hier ein Hanf und war ja im Prinzip eine ganz spannende Frage, weil wir ja hier sehr, sehr viel diesen buschigen Hanf hatten. Hier so diese richtigen Faserteile, was ihr natürlich seht. Hier guckt mal, also da kam sie nicht überall durch, die Drillmaschine. Auch wieder mit der Nowak gedrillt. So hier zum Beispiel, seht ihr das? Alles in allem denke ich aber trotzdem ein gutes Bild, weil diese Faserbüschel, die waren schon sehr, sehr derbe. Und wie man auch sieht, hier noch schön sauber, aber man sieht halt, der Bestand ist nicht so üppig und so kräftig entwickelt wie auf dem Nachbarschlag. Kann zum einen natürlich an der Sorte liegen, zum anderen liegt es natürlich auch daran, dass Raps relativ viel Stickstoff im Boden hinterlässt, schnell verfügbaren Stickstoff, den wir natürlich hier nach dem Hanf ja nicht haben. Wir haben den ja auch sehr verhalten gedüngt, hier den Hanf mit 20 Kubik Gärresten und gar nicht viel weiter, sodass man sagen kann, ja, stickstofftechnisch ist natürlich hier der Boden dann auch etwas ein bisschen mager dran. Deshalb würde ich hier im Frühjahr schon sagen, hier düngen wir ein bisschen heftiger an, also ein bisschen stärker an. Man sieht es auch, die Pflanzen sind so ein bisschen heller, gar kein Vergleich zu dem Nachbarschlag. Der ist auch wirklich nur da auf der anderen Straßenseite. Drilldatum war derselbe Tag bzw. dieselbe Nacht, das da drüben am Tag, das hier in der Nacht. Insgesamt habe ich ja 60 Hektar Indirektsaat, Weizen, auch super weich der Boden, man kommt da ohne Probleme rein. Sieht auch ein bisschen anders aus, die Pflanze. Ich würde auch sagen, es sind weniger Nebentriebe. Wir haben hier drei Nebentriebe und die hat vier. Die hat vier. Also ich würde dann auch nochmal im Sortenprofil nachgucken, was ist das für ein Typ? Ist es ein Einzel-Ernt-Typ? Ist es ein Massetyp? Wie sollte der anfangs gedüngt werden? Da ja der Charakter oder Charakter keine Sorte ist, die ich schon lange im Anbauprofil habe, weiß ich natürlich nicht, wie die jetzt reagiert. Das heißt nicht unbedingt, wie düng ich die an, wie führe ich die über das Jahr. Deswegen gucke ich hier nochmal nach, aber hier würde ich trotzdem noch ein bisschen kräftiger andüngen, damit der Bestand im Frühjahr gut was hat zum Entwickeln. Wie gesagt, auf der anderen Seite sieht es ja deutlich anders aus. Der ist viel fetter entwickelt. Aber hier, hier waren ja auch alle Versuche im Prinzip. Da drüben sieht man auch ein bisschen, da ist der Bestand auch ein bisschen besser entwickelt. Da war nach dem Laiendotter und auch zum Beispiel iberischer Drachenkopf haben ja nun leider nichts geerntet. Da sind die Nährstoffe natürlich dann noch am Boden geblieben und demzufolge sieht das auch entsprechend dann aus. Eine erfreuliche News ist auf jeden Fall, ich bekomme den Isaria Sensor für dieses ganze Jahr und da können wir natürlich über das Jahr auch sehr schön verfolgen bei der Düngung. Also der Sensor scannt im Prinzip in Echtzeit während der Überfahrt die Pflanzen ab und analysiert die Stickstoffversorgung. Und da können wir natürlich auch hervorragend verfolgen, wie gut sind die Bestände auf den einzelnen Zonen verfolgt. Gerade hier, wenn wir zum Beispiel keine Früchte da geerntet haben, wenn wir die geerntet haben und auch da, wo vielleicht das Soja war, ob da ein bisschen mehr Stickstoff noch am Boden ist, werden wir natürlich hervorragend rausfinden. So, wir fahren mal zu der Gerste. So, wir sind jetzt hier auf der Gerste. Die Sorte heißt Winnie, ist auch von LG. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass es teilweise bei den Saatgutsorten auch so ist, dass ich Ausschreibungen komplett mache. Wenn dann ein Züchter das beste Angebot abgibt, dass ich dann sozusagen da die Sorten fahre und kaufe. Ja, ich bin ganz froh, dass wir die nach Mais hingestellt haben. Ich wollte die erst nach Raps machen. Und man sieht teilweise, dass sie richtig heftig üppig ist. Gerade die Betriebe, die sehr früh die Gerste gemacht haben. Diese kamen hier um den 20. oder 25. rein. Genau, muss ich nochmal nachgucken. Tigerdrill ist hier die Saat, also mit der Tiger normal gedrillt. Und die sieht natürlich krass üppig aus. Also komplett fast schon im Standschluss, wenn man so rüber guckt wie Rollrasen. Das ist natürlich ein krass entwickelter Bestand. Herbizidtechnisch haben wir noch gar nichts gemacht. Also hier fand absolut gar keine Pflanzenbeschutzbehandlung bis jetzt statt. Das heißt, weder ein Insektizid noch was hier gegen Gräser oder Unkräuter gemacht. Insektizid ist so eine Sache im Herbst. Man muss da ein bisschen aufpassen mit Blattläuse. Blattläuse sind die Überträger vom Gelbverzwergungsvirus und das ist dann das Problem, was wir im Frühjahr sehen mit Flecken. Ja, ein, zwei Mal war ich gucken, habe keine Blattläuse gesehen. Deswegen habe ich es sein lassen. Ist natürlich immer eine Gefahr, weil wenn der Virus erstmal drin ist, können wir da am Ende nichts machen. Dann ist der Schaden dann groß und teilweise war es dann auch schwierig und Zeit war dann auch schwierig, weil wir dann am Häckseln waren oder beziehungsweise am Sonnenloomdreschen dies, das, jenes. Dann war es nachher kalt und dann habe ich mir gedacht, lassen wir die Maßnahme. Jetzt würde das auch keinen Sinn mehr ergeben. Gut, es ist natürlich butterweich, gerade der Horizont, der gegrubbert wurde, auch schön krümelig sieht es aus. Ja, hier, wir haben drei starke Nebentriebe, ein kleinerer. Das heißt, wir werden hier auch schon an die tausend Triebe auf dem Quadratmeter. Wir haben hier auch vier, vier starke sogar. Das sind fünf, drei starke und zwei weniger starke. Ja, auch hier ähnliche Strategie. Ich würde da sehr, sehr verhalten. Das erstmal ansetzen im Frühjahr, gerade hier sehr sandiger Standort. Hier vorne extrem sandig auf der Kuppe. Da unten ist der Boden nachher ein bisschen besser. Auch teilflächenspezifisch dünge ich natürlich auch schon an. Das heißt, auch Gäraste kommt drauf an auf die Mengen, die wir fahren wollen. Wenn wir 20 Kubik fahren, fahren wir sehr konstant. Bei 25 fahre ich dann doch schon ein bisschen teilflächenspezifisch. Das heißt, ich fahre dann 20 auf der Sandkuppe und 27, 28, 29 so in der Hochertragszone. Das macht dann ein bisschen mehr Sinn, weil gerade auf den Sandkupfen schöpfen man das nicht aus, weil da einfach das Wasser der limitierende Faktor ist. Ja, das ist auch die Strategie hier für mich. Im Prinzip sieht so der Weizen auch aus nach der Tigerdrill, also auch extrem üppig. Was wir uns jetzt nochmal kurz angucken, ist der Weizen mit der Kleden. Der war nach den Sonnenblumen, der war dann schon deutlich später. Und der sieht gut aus, aber nicht so krass wie das hier natürlich, was so früh reinkam. Das gucken wir uns jetzt nochmal an in dieser Folge und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann weiter geht's hier im Programm. Hier haben wir Weizen, die Sorte ist im Forma, den hatte ich ja 2022 schon angebaut. Hat sehr, sehr gut performt. Ist ein sehr ertragsstarker B-Weizen und ich nehme ja teilweise auch den Weizen für Futter XL. Gedrillt habe ich hier tatsächlich 400 Körner auf einen Quadratmeter, das war ja schon ein bisschen später. Und ja, wie man sieht, der sieht natürlich deutlich schmaler aus. Und wenn wir jetzt mal hier einmal reingraben, würde ich fast sagen, haben wir hier noch keinen Bestockungstrieb. Nein, wir haben hier tatsächlich noch nicht einen Bestockungstrieb. Das heißt, ein bisschen wollen wir ja hier noch bestocken, ein bisschen reduziert sich von automatisch oder von alleine noch. In Forma ist ein Einzel-Ehrentyp, das heißt, der will auch nicht wirklich sehr, sehr dicht beieinander stehen. Aber trotzdem, weil er ja so spät reingekommen ist, würde ich den doch ein bisschen mehr andüngen hier. Aber die Ertragserwartungen sind natürlich auch bei den Spätsaaten bei uns in der Region immer ein bisschen geringer. Am besten performt ja bei uns ein Weizen nach Raps in der frühen Aussaat. Das ist nochmal so hier bei uns in der Region. Aber nichtsdestotrotz sieht er gut aus, homogen ist er auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, dieses Jahr ist es so, wir hatten einen sehr guten Herbst, der war feucht, der war warm. Im Prinzip hat alles gut funktioniert. Also jedes Aussaatverfahren, jede Variante, weil die Bedingungen halt optimal waren, machen wir uns nichts vor. Man brauchte dieses Jahr im Herbst nur das Drillen nicht vergessen. Bei uns in der Region, klar, in Deutschland gibt es auch ein paar andere Regionen. Aber bei uns in der Region brauchte man nur das Drillen nicht vergessen und die Bestände sehen gut aus. Und das ist letztendlich so. Da braucht man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja guck mal hier, Bestände sind mega geil. Die sind ja auch keine Hürde, um ehrlich zu sein. War sehr, sehr einfach. Drillen und bam, sehen sie top aus. Aber das weitere Jahr wird ja auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant, weil es ja immer so ist. Kriegen wir ausreichend Wasser? Ja, nein vielleicht. Und da werden wir, glaube ich, dieses Jahr noch eine Menge sehen. Gut, das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich drehe jetzt noch die nächste Folge. Dann machen wir den Raps und die Zwischenfrucht, zeige ich euch da. Und genau, ich bin nämlich nächste Woche im Urlaub und deswegen muss ich eine Folge schon sozusagen vordrehen. Ich fahre mit Lisi noch spontan auf die Aida für eine Woche und danach geht es auch schon los. Dann ist ja auch schon die erste Februarwoche um. Irgendwann, dann ist ja Mitte Februar und die Zeit rennt ja. Zack, sind wir am Dreschen. So Leute, bis dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.